Der verbale Tiefschläger des Abends. Sogar TV-Pastor Jürgen Fliege ließ sich blecken, trotz brodelnder Gerüchteküche. Der 64-Jährige soll seinem Freund, dem Astrologen Winfried Nui, die Frau ausgespannt haben. Doch warum hat er sich dazu bisher nicht geäußert? Was meine private Lebensführung angeht, geht sie das einen Scheißdruck an. Wenn sie es nicht akzeptieren können, muss ich sie nach ihrem Elternhaus fragen. Wer sind denn ihre Eltern? Das sieht ihnen das gestanden. Da spricht ein wahrer Mann Gottes. Das ist ein wahrer Mann Gottes.